Hallo, mein Name ist Rene Rindisbacher und sie ist auch hier. Heute geht es um das Thema Gartenpflege. Laura hat mir das Thema durchgegeben, ich finde das ein ganz tolles Thema. Nein Papi, nicht Gartenpflege, Partnerpflege. Partnerpflege? Ja, es geht ja um unseren neuen Partner. Um welchen neuen Partner? Um welchen neuen Partner? Liberty Green ist unser neuer Partner. Ah ja, ja klar, Liberty Green, das ist ja unser neuer Partner, genau. Es geht nicht um Gartenpflege. Es geht um unseren neuen Partner, Liberty Green. Und Liberty Green, die sind unser neuer Partner. Es geht um die dritte Säule und um das Thema Vorsorge, ein ganz wichtiges Thema. Ganz wichtig, ja, ja, ja. Genau, und die sind super. Vorsorge ist ja für uns gerade interessant, oder? Darum ist Liberty Green genau der richtige Partner. Vorsorge einerseits und die baldige Pensionierung. Hallo? Ja, man muss die Realität schon ins Auge schauen, Papi. Das heisst, in die Augen schauen, nicht ins Auge. Mhm. Du kannst die Realität mit beiden Augen gleichzeitig in ein Auge schauen. Witzig. Ja, wieso Liberty Green? Jawohl, wieso Liberty Green? Wieso? Ja. Ja, ja. Wieso? Weil Liberty Green, die, 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 wow. Wow. Die sind, oi, 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 oi. Ja, Liberty Green ist eine nachhaltige Vorsorgestiftung. Das Green steht für Nachhaltigkeit, Transparenz und vor allem umweltschonung. Ja, Wahnsinn, die stehen für all das. Ja, und die wollen mit uns zusammenarbeiten. Liberty Green wollen mit uns zusammenarbeiten. Bitte, bitte. Ich habe sie angefragt. Mhm. Wenn ihr mehr zu Liberty Green und auch zu unserer Partnerschaft wissen wollt, dann geht auf die Webseite libertygreen.ch. Genau, Liberty Green. Liberty Green, damit ihr aufpasst. Es hat erst das I und dann das Y erst. Und dann hat es zwei E. Aber erst beim zweiten E. Beim ersten E hat es nur eins. Was weiss ich jetzt denn? Ja weiss, das ist wämlich. Das versteht nicht alles. Hoppe, also. Gehen wir auf jeden Fall auf die Homepage und dann findet ihr alles abwissenswert. Bis ganz bald. Tschüss zusammen. Und weg. Was machen die genau? Das war's. Auslass, ne? Mhm.